Yo, was geht YouTube und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute eine kleine Methode vor, wie ihr euch ein bisschen schneller über die Maps bewegen könnt. Und ich nenne das Ganze mal den Powerslide. Hier mal ein kleiner Vergleich. Auf der linken Seite vom Bild sieht man, wie ich mich ganz normal fortbewege, also ganz normal von der Kante wegspringe. Und auf der rechten Seite benutze ich den Powerslide. Und da sieht man ganz einfach, dass man mit dem Powerslide halt echt etwas schneller unterwegs ist. Die Ausführung von Powerslide ist ziemlich einfach. Im Grunde genommen braucht man einfach nur ein höher gelegenes Objekt. Und was man dann macht, ist, man läuft auf die Kante von dem Objekt zu und drückt dann die Duckentaste. Dabei ist darauf zu achten, dass man so spät wie möglich die Duckentaste drückt, damit man den bestmöglichen Schub bekommt. Man bewegt sich dadurch einfach ein bisschen schneller über die Map und ist halt schneller unterwegs, als wenn man ganz normal von der Kante abspringt. Und noch einen kleineren Schub bekommt man, wenn man kurz bevor man Duckendrückt einmal springt. Also man springt im Grunde genommen auf die Kante zu und drückt dann die Duckentaste. Dann ist man noch einen kleinen Tick schneller. Man sollte aber darauf achten, dass man so spät wie möglich die Duckentaste drückt, weil desto früher man anfängt zu sliden, desto weniger Schub bekommt man. Also das bestmögliche Ergebnis vom Powerslide bekommt man halt einfach, wenn man so spät wie möglich an der Kante erst Duckendrückt und dann bekommt man den größten Schub. Alles klar, das war mein Video hier zum Powerslide. Falls ihr den Powerslide noch nicht kanntet, wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Üben. Wie gesagt, es ist nicht wirklich schwer und man hat den Dreh wirklich sehr schnell raus. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. und falls ihr keins meiner neuen Videos verpassen wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein!